Guten Tag, meine Damen und Herren, am 30.09. Hieso doch nicht! Guten Tag, meine Damen und Herren, am 30.09. findet in der Kulturwerkstatt August Ebertin die Nachtfrequenz statt. Im gesamten Haus und auf dem Kulturhof werden verschiedene Workshops angeboten. Der Eintritt ist frei, Snacks und Getränke können für kleines Geld erworben werden. Untertitelung des ZDF für funk, 2017